Wir sind geschockt, dass Ernst Moritz Arndt, einer der berühmtesten Söhne Vorpommerns, aus dem Namen der Universität Greifswald gestrichen werden soll. Wir halten diese Entscheidung für einen Fehler, denn wir sind Arndt noch heute zu großem Dank verpflichtet für seinen Kampf gegen Leibeigenschaft, für die Befreiung von der napoleonischen Fremdherrschaft, und für die Nationwerdung Deutschlands. Wir stellen diesen Dringlichkeitsantrag in der Hoffnung, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Sie wissen ja, die Bildungsministerin muss dem noch zustimmen. Wir wollen mit unserem Antrag an die Beteiligten appellieren, so eine schwerwiegende Entscheidung eben nicht übers Knie zu brechen und auch die Meinung der Greifswalder zu berücksichtigen. Die Bürgerschaft der Hansestadt wird ja am 30. Januar zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um ihren Wunsch und Willen stellvertretend für die Greifswalder Bürger kundzutun. Und wir sind fest davon überzeugt, dass sich dort eine große Mehrheit quer durch die Parteien gegen die Umbenennung aussprechen wird. Wir meinen, dass dieser Willen in die Entscheidung einfließen muss. Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist das Aushängeschild der Stadt am Rück. Sie ist der Stolz der Greifswalder. Und wir glauben deshalb, dass die Bürger ein Recht haben sollten, hier mitzureden. Wir wünschen uns, dass der Landtag heute in breitem Konsens dafür wirbt, dass Bildungsministerin Hesse der Umbenennung vorerst keine Zustimmung erteilt. Wir wünschen uns auch, dass der Senat der Universität seine Entscheidung überdenkt. Und dieser Antrag ist ganz klar als dringlich einzustufen, denn wir wollen verhindern, dass schon vor der Äußerung der Greifswalder Bürgerschaft am 30. Januar Fakten geschaffen werden. Wir bitten also um Ihre Zustimmung, diesen Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Vielen Dank.